Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Liberty City Stories. Beim letzten Mal haben wir eine Hauptmission gemacht bei JD O'Toole. Sie hieß Salvatores Rettung und was sollten wir da machen? Naja, Salvatore retten. Und warum? Ja, naja, der gute Salvatore hat sich aus irgendwelchen Gründen auch immer entfühlen lassen und ja, wir mussten ihn dann retten. Und ich will ehrlich zu euch sein, wer die Folge nicht gesehen hat. Das ist nicht ganz so verlaufen, wie man sich das vielleicht so vorstellt und plant. Es gab schon einen Fail. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, ja gut, es gab zwei Fails. Ja gut, Leute, es gab halt tausend Fails. Ich bin ehrlich. Es gab eine Milliarde, tausend, zig Trilliarden Fails und irgendwie am Ende hat es dann doch geklappt. Aber bis es dann mal geklappt hat, das hat echt gedauert. Und ich habe euch so gesehen alle möglichen Arten gezeigt, wie man halt diese Mission failen konnte. Ich glaube, ich habe da wirklich alle Dinge gemacht. Und was machen wir in der heutigen Folge? Das hat schon so einen Sinn, warum ich hier in den Streifenwagen einsteige. Denn wir werden in der heutigen Folge die Bürgerwehr-Missionen machen. Ähm, ja, ich habe eigentlich gesagt, dass ich die Bürgerwehr-Missionen später machen möchte, wenn wir dann Zugang und Zugriff auf einen Rhino haben, also auf einen Panzer. Aber ich will jetzt nicht mehr so lange warten, einfach. Ich will jetzt langsam wirklich mal den Bonus haben. Ich möchte die verbesserte Schutzweste haben. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass wir jetzt einfach mal die Bürgerwehr-Missionen durchziehen, auch wenn wir kein Rhino haben. Außerdem glaube ich, dass das auch ein bisschen spannender ist für euch. Wenn, ja, es ist ein bisschen spannender für euch, denn wenn ich das mit einem Rhino machen würde, seien wir mal ehrlich, das wäre keine große Herausforderung. Und dann, man ist halt einfach unbesiegbar in dem Rhino. Und deswegen denke ich mir mal, machen wir jetzt mal so ein bisschen die Bürgerwehr-Missionen. Verdächtiger wurde zuletzt in der Gegend von Atlantic Keys gesichtet. Oh yeah, das wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Um die Sirene eines Einsatzfahrzeuges ein- oder auszuschalten, drücke ich schnell die Unten-Taste. Äh, aber nee. Ich bin nach wie vor kein Fan von der Sirene und deswegen lassen wir die jetzt auch einfach mal aus. Ich kann dieses Gedüdel nicht ertragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da nicht so ein Fan von. Das kriegen wir auch so hin. Ja, es ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, dadurch, dass wir kein Rhino haben und dadurch, dass wir jetzt nicht diese Unzerstörbarkeit haben und so. Aber, ich bin ganz ehrlich, das macht das Ganze ja auch so ein bisschen spannender. Ich weiß nicht, ob das für euch spannend gewesen wäre, wenn ich hier mit einem Rhino einfach ein nach dem anderen erledigt hätte. Natürlich wäre das entspannt und so. Aber, ich meine, wo ist da die Herausforderung? Und außerdem, wie lange wollen wir jetzt noch warten, bis wir dann endlich den... den Rhino bekommen? Äh, bis... ja. Und endlich diesen Bonus bekommen. Wie lange wollen wir denn da noch warten? Aber das kann ja noch ewig lange dauern. Äh, ja, genau. Äh, Hacker, äh... Kann hier mal jemand reporten, den Typen? Das war ja mega, der Hacker-Move. Bedrohung ausgeräumt. Belohnung 50 Dollar, ja. Und wir müssen, äh, wie es sich in GTA so gehört, auch wieder 12 Level schaffen. Wenn wir 12 Level geschafft haben, dann... Ja, haben wir es geschafft und dann kriegen wir den Bonus. Das Gute ist, soweit ich das jetzt verstanden habe, können wir auch das Fahrzeug verlassen und dann können wir uns ein neues, äh, Polizeiauto suchen. Wir haben dann natürlich wieder ein Zeitlimit. Dann und dann musst du das halt, äh, geschafft... äh, musst du halt dir ein neues Fahrzeug beschafft haben. Ansonsten ist die Mission fail, aber damit kann ich leben. Das ist in Ordnung. Das heißt, wir können ruhig so ein bisschen, äh, Rambazamba machen. Denn wenn das jetzt so gewesen wäre, dass man das Fahrzeug nicht verlassen darf und man das, und man das halt mit dem einen Fahrzeug durchziehen muss, dann hätte ich das jetzt auch nicht gemacht. Weil dann hätte ich echt auf den Rhino gewartet, weil das wäre mir dann zu blöd gewesen. Weil stellt euch mal vor, wir wären so in Level 11 oder so und dann würde das Auto halt irgendwann mal kaputt gehen, weil es ja ganz normal ist. Man muss die Leute ja rammen. Wir haben ja keinen unzerstörbaren, overpowereden Rhino. Sondern wir haben ein ganz normales Polizeiauto und müssen den auch hinterherfahren. Hallo? Hallo? Spürst du schon unseren Atem in deinem Nacken? Ey, an deiner Stelle wäre ich schon so ein bisschen beunruhigt, wenn da so ein Polizist hinter dir herfahren würde, der nicht abgeneigt ist, auch mal mit der Mikro-SMG ein bisschen zu feuern. An deiner Stelle wäre ich ganz schön beunruhigt, wenn ich du wäre. Na, reicht das schon, um dich einzuschüchtern? Anscheinend noch nicht. Dann fährst du auf wieder der letzte Trottel. Zack. Ey, du ziehst uns jetzt hier nicht aus dem Auto, mein Freund. Das machst du nicht. Jetzt ist Tony, Cyprian aber sauer. So, Nummer 1 haben wir schon. Och, du steigst wieder aus. Ach, das ist aber nett. Du steigst wieder aus. Ja, wunderbar. Zock. Okay. Nächstes Level. Und wir kriegen immer so ein bisschen Zeit dazu. Das ist ziemlich nett. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal kurz aus. Du hast 59 Sekunden, um zu einem Polizeifahrzeug zurückzukehren, bevor die Mission endet. Das seht ihr, Leute? Und wenn wir jetzt regelmäßig hier dran vorbeifahren, haben wir immer einen, ja, 1A-Polizeiwagen und müssen uns keine Gedanken darüber machen, dass der Wagen vielleicht mal in einer Verfolgungsjagd anfängt zu brennen. Oh, oh. Na gut, wenn ich weiter so fahre, wird der auch nach kurzer Zeit anfangen zu brennen. Dann bringt es auch nichts, das Fahrzeug zu wechseln. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr aufzupassen. Ey, aber die anderen müssen sich auch dran halten. Wenn ich aufpassen muss, dann müssen die anderen auch aufpassen. Das ist sonst ungerecht. Das muss hier schon fair bleiben. Also, Leute, Passanten, Random, Autofahrer, bitte passt ein bisschen auf. Ach, du, du denkst wohl nicht im Ernst, dass du mit deinem Perennial da entkommst. Also, wenn ich ein Verbrecher wäre, dann würde ich mir doch einen Sportwagen holen, weil mit so einem Wagen, da holt dich ja jede Oma an, äh, Oma ein am Steuer. Das ist nicht wirklich geil. Zack. Oh, wir haben einen Stern. Naja, was soll's. Aber wir sind auf jeden Fall schon in Level 4. Es läuft langsam, Leute. Und wir haben massig Zeit. Das ist schön. Scheint irgendwie so zu sein, als wenn sich die Zeit summieren würde, oder? Das heißt, wenn wir uns jetzt beeilen, dann haben wir irgendwann so mega viel Zeit und können uns auch richtig entspannen. Und es war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, dass ich mir so viel Munition gekauft habe. Hat natürlich ordentlich was gekostet, aber wir können ja auch bald mal wieder unsere, ja, unsere Geschäfte abgrasen. Wir haben ja Punknudels und wir haben das Autohaus und die beiden Gebäude generieren ja bis zu 4.000 Dollar. Aber wir müssen es halt auch regelmäßig abholen, denn wenn wir es nicht abholen, dann bleibt, die Zahl bleibt ja bei 4.000 Dollar stehen. Und das ist ja eigentlich eine ziemliche Verschwendung. Also sollten wir da wirklich demnächst mal vorbeifahren. Vielleicht mache ich das direkt hier nach. Aber das werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen, weil das müssen wir ja nicht in der Aufnahme immer machen. Aber jetzt geht es hier erstmal darum, Polizist zu sein. Geht das? Fliegt das auch mal in die Luft? Hallo? Bumm. Haha, ihr seid so dämlich. Statt, ihr da mal abhaut. Oh, nein. Nein, 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 nein. Du denkst, du kannst uns hier aus dem Auto ziehen? Ich werde dir zeigen, was du davon hast. Blöder Verbrecher. Hey, jetzt. Seicht er wieder aus? Aussteigen. Aussteigen. Okay. Er bleibt einfach sitzen. Okay. Er bleibt halt einfach sitzen. Na gut, dann fliegt ihr in die Luft. Bye, bye. Was ein Trottel. Die haben ein IQ von einem Stück Brot. Und ein Stück Brot kann sogar noch schimmeln. Also kann halt schimmeln. Also es kann überhaupt was. Was können die Verbrecher? Was können die? Die können nicht mal abhauen. Die können nicht mal ein ordentliches Auto sich auswählen. Ich meine, man muss doch mal ein paar Vorbereitungen treffen, oder nicht? Also wenn man schon diesen nicht gerade ungefährlichen Beruf wählen möchte. Also Verbrecher zu sein, das ist ja kein einfaches Business. Du wirst ständig verfolgt. Du hast die Mafia im Nacken. Du hast sonstige Leute gegen dich. Aber da muss man doch ein schnelles Auto haben. Leute. So. Was ich jetzt ein bisschen scheiße finde, ist, dass wir zwei Sterne haben. Das ist ein bisschen uncool. Da oben ist ein Polizeistand. Ich weiß, aber... So, zack. Oh, schnell hier weg, bevor das Auto in die Luft fliegt. Leute, könnt ihr jetzt bitte mal abhauen? So, wo sind die? In St. Marks. Okay. Das finde ich jetzt echt nicht so toll von euch, Leute. Ich bin hier gerade im Dienst. Ich möchte was für, für, ja, für Liberty City's Straßen tun. Ich möchte hier für Recht und Ordnung sorgen. Und ihr fahrt mir hinterher und wollt mich ermorden. Da frage ich mich, sind wir die Guten? Oh, da ist die Polizei. Also, sind die richtigen Polizisten die Guten? Ich komme da so ein bisschen ins Grübeln langsam. Leute, ihr könnt uns ja helfen, wenn ihr schon mal hier seid. Das sind die Verbrecher. Leute, haben wir einen roten Pfeil über uns oder haben die einen roten Pfeil über sich? Also, da würde ich mir schon, würde ich, das würde ich mal hinterfragen. Meine Güte. Oh, zack, wunderbar. Jetzt haben wir nur noch dieses eine Fahrzeug hier. Das ist ja auch wieder clever. Was machst du da? Es soll mir recht sein, aber was machen die Leute da bitte? Die fahren da wie die bekloppen durch die Gegend. Das ist ja auch niemanden zu fassen. Und ich muss jetzt irgendwie versuchen, diese einen Stern hier zu verlieren. Oh, wir haben drei Sterne. What the hell? Ich glaube, das wird uns irgendwann so verhängen, ist, wenn das hier so weitergeht. Ei, ei, ei. Reichweite. Aua, hört auf, hört auf. Ich will nur eine neue Karre haben. Das wird ja wohl noch erlaubt sein, oder? Nagelteppich. Das ist aber nicht die feine Art, meine lieben Polizisten, Freunde. Das, ja. Wir sind links, er rollt rechts aus. Ist auch klar. So, jetzt haben wir nur noch zwei Sterne. Jetzt haut wenigstens dieser nervige Helikopter ab. Das ist schon mal ein erster Schritt, aber eigentlich würde ich den anderen Stern auch noch gerne verlieren. Aber gut, mit zwei Sternen kann man das auch überleben, sage ich jetzt mal. Es ist, man kann es aushalten. Es ist immer noch nicht so schön, dass man, ja, dass man sich entspannen kann, aber es ist schon, äh, wesentlich entspannter als zuvor. Sag mal, was, was macht ihr da? Äh, ja. Ja, da, da, da. Da sind doch die Verbrecher. Überfahrt die doch einfach. Mensch, was macht ihr denn, Leute? So, sind die alle tot oder hat einer überlebt? Oh, na? Ja, ja, helft mit. Wunderbar. Weiter so. Leute, Leute, was macht ihr denn da? Da ist doch der Verbrecher. Oh, er stirbt halt einfach nicht. Hat er Gottmode an, oder was? Alter, what the fuck, war das knapp? Haut doch mal alle ab. Was ist hier? Gibt es hier irgendwas zu sehen? Ist das hier irgendwie eine Versammlung hier oder was ist hier los? Leute, was ist hier? Also, ja, da fehlen mir glatt die Worte. Das ist echt phänomenal, was hier abgeht. Wir müssen diesen Stern verlieren. Koste es, was es wolle. Also, so kann man nicht spielen. Das ist echt mega nervig. Ich glaube, hier vorne war irgendwo ein Stern. hier in der Gasse vielleicht. Hier in dieser schmalen Gasse war, glaube ich, immer ein Stern. Ne. Hier war kein Stern. Gibt es hier irgendwo einen Polizeistern? Ja, da vorne, aber, ja gut, ich riskiere es jetzt. Weg da, weg da, weg da, da, Protestanten. Der Tunnel wird so oder so gebaut. Ihr könnt es nicht verhindern, denn GTA 3 ist da nämlich ein Tunnel. Das heißt, ihr seid gescheitert. Wir wissen mehr. Wir leben, wir kommen aus der Zukunft, so gesehen aus, GTA 3. So. Da fahren die Verbrecher. Und jetzt rammen wir sie, ey. Rambo. Oh. Das war ein guter Rammmodus, oder? So. Haben wir nur noch ein Stern. Wunderbar. So, 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 so ist das doch gleich schon viel besser. So. Ach nee, wir haben immer fünf Minuten, oder was? Egal, wie viel Zeit wir verballern. Das heißt, ja, dann können wir uns ja ruhig Zeit lassen. Dann können wir die fünf Minuten ja total ausschöpfen. Dann müssen wir ja nicht so hetzen. Meine Güte, warum habe ich denn immer so gehetzt? Und wir sind schon in Level 7, by the way. Und holen uns jetzt das nächste Polizeiauto. Ey, das scheint ja wirklich immer offen zu sein. Das gefällt mir. Nicht so wie in GTA 3, wo das Auto da abgeschlossen war. und wo sogar der Krankenwagen, also Leute, der Krankenwagen, mal abgeschlossen war. Also da verstehe ich wirklich keinen Spaß. Warum ist ein Krankenwagen abgeschlossen? Aber gut, das ist ein anderes Thema hier. Wir, wir sind jetzt hier gerade ein Cop und wir müssen jetzt hier die Verbrecher bekämpfen. Ich sehe da zwei rote Vierecke auf dem Radar und die werden wir jetzt erledigen, Leute. Fahrt ihr längst? Okay. Da fahrt ihr längst. Und was habt ihr so für ein Ziel? Also, ich meine, ihr müsst doch irgendwie ein Ziel haben, wo ihr hinfahren wollt. Oder fahrt ihr nur das Cruise-Tee nur so ein bisschen durch die Gegend. Boom. Auch mir egal. Ich balle euch sowas von über den Haufen. Ist mir sowas von egal. Warum oder weshalb ihr das hier macht? Ich kenne keine Gnade. Schon gar nicht, wenn ihr hier an unserem Punk-Noodles-Restaurant vorbeifahrt. Macht unseren Imbiss nicht kaputt. Was macht ihr denn mit unserem Imbiss? Weg da. Ihr kriegt keine Nudeln. Ihr kriegt keine Nudeln. Wir verarbeiten euch zu Nudeln. Na? Jetzt müssen wir... So? Ja, jetzt ist die Zeit gekommen. So, jetzt habt ihr keine... Äh, jetzt habt ihr einen Platten. Jetzt ist das schon nicht mehr ganz so einfach zu fahren. Na, wie ist es so? Mit einem Platten zu fahren oder mit mehreren? Okay, das war's. Oh, oh, oh. Oh, oh, jetzt wird's gefährlich. Oh, ja. Der hat gezogen. Na? Kann er jetzt auch mal bitte draufgehen? Wie viel hält der aus? Geht doch. Level 8. Geht eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen, bisher. Also, ich hätte mir das schwieriger vorgestellt. Also, das wird sich auf jeden Fall lohnen, weil dann haben wir halt ziemlich früh oder früher als gedacht schon diese super Schutzweste und ich denke, jetzt kommen auch demnächst mal Missionen, wo wir die brauchen werden und wo wir dann dankbar sein werden, dass wir dass wir das hier jetzt schon gemacht haben. Weil das ist halt schon ein enormer Vorteil. Hallo. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wie ist es? Oh, ja. Ich hab euch sowas unterstört. Und einer hat mal wieder überlebt. Der Junge, der überlebte. Nein, das ist ja nicht bei Harry Potter. Aber er hat trotzdem überlebt und das find ich nicht gut. Hey, der überlebt schon wieder. Wie viel hältst du aus? Was soll ich? Irgendwas stimmt mit diesen Leuten nicht. Ich überrolle die dreimal und die sterben einfach nicht. Ich meine, das muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Was sind das für... Das sind doch keine Menschen. Was sind das für Wesen? Was sind das für Wesen, diese komischen Leute? Und das ist der Nächste. Er denkt, er ist sicher, wenn er hier den... den Abhang hier runterfährt. Er denkt, er entkommt uns, aber wir holen sowas von auf. Der ist so ahnungslos. Leute, guckt ihn euch an. Noch haben sie die Ruhe weg, aber wenn die erste Kugel fällt, dann merken sie, holy shit, Tony Cipriani hängt uns am Hintern. Am Arsch. Und wir sind am Arsch. So, was ist denn jetzt? So, willst du links oder rechts? Ich hoffe links. Und dann kann ich dich nämlich schön drehen. Boom! Das ist Level 9, würde ich mal sagen. Hey, hey. Okay. Jetzt müssen ja aber langsam auch mal drei Autos das Ziel sein, oder? Ich meine, ich will es jetzt nicht aufbeschwören. Ich bin froh, dass es noch nicht so ist. Aber ich meine ja nur, dass es demnächst mal so sein kann, dass es so ist. Ja, drei Autos ab sofort. Ob das jetzt schwieriger wird oder nicht, das werden wir sehen. Also im Prinzip sind fünf Minuten ziemlich viel Zeit. also es sollte reichen, um hier drei Autos zum Brennen zu bringen. Oh. Ja. Ich mach mir nur so ein bisschen Sorgen um unser, um unser Fahrzeug. Aber gut, wird schon. Oh ja, ein einziger. Hey. Kannst du bitte von dem Auto weg? So. Och, jetzt komm. Mann. Stirb. Der stirbt nicht. Jetzt aber. Hau. Macht es und dann ist er kaputt. Wie so eine Ketchupflasche, die man überfährt. Einfach. Okay, das war eklig. Ich hör auf damit, Leute. Sorry. Ich mach keine ekligen, ekligen Geräusche mehr, während ich ein Polizist bin. Aber die Cops machen auch immer eklige Geräusche und zwar Schmatzgeräusche, wenn sie ihre Donuts fressen. Das wär jetzt schön, so ein paar Donuts hier zu haben. Traurig, oder? Vielleicht kriegen wir als Belohnung ja gar nicht die verbesserte Schutzweste, sondern ein paar Donuts. So eine richtige Polizistenbelohnung. Denn echte Polizisten werden auch nicht mit Geld belohnt. Also, die kriegen keinen Lohn, die kriegen nur Donuts. Und das reicht denen. Daran sollten wir uns mal ein Beispiel nennen. Nehmen. Die sind nicht so geldgeil wie die meisten Leute. Die sind nicht so geldgeil, die wollen nur Donuts fressen. Ha. Okay. Da. Okay, okay, okay. Ihr denkt jetzt, ihr seid sicher, ich behaupte mal das Gegenteil. Okay. Oh, das Ding fliegt ihr gleich in die Luft. Ja, steigt da ruhig ein. Gibt ihr eine Kettenreaktion. Und bumm. Das war's. Level 10. Äh, was ist jetzt hier los? Ist das irgendwie so ein Amokfahrer oder was ist hier los? Hallo? Hilfe! Was ist hier los? Leute! Okay, ich hol mir jetzt ein neues Auto. Es ist ja sowieso auf dem Weg. Das ist jetzt mega praktisch. Und so sollte man das eigentlich auch immer machen. Man sollte nicht so gezielt immer hier sich ein neues Auto holen, sondern immer nur dann, wenn man denn sowieso in der Nähe ist. Dann kann man sich auch gleich ein neues Fahrzeug holen. Ich hoffe mal, das hält die Serie an. Jo, das scheint wirklich immer offen zu sein. Das scheint wirklich immer offen zu sein. Das ist schön. Oh, 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 na, wieder einmal umpackt Nudels rum. La, 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 la. Na? Wollt ihr schon aussteigen oder habt ihr noch nicht genug? Okay. Jetzt habt ihr aber genug. Oh, weg da, weg da, weg da. So. Wunderbar. Und es bleibt immer bei einem Stern. Das finde ich super. So ist es auch wirklich entspannt. So ist es schön. Aber eben war es ein bisschen kacke, als wir drei Sterne hatten. Also man sollte versuchen, immer nur auf so, ich sag mal so, zwei Sterne kann man auch noch überleben. Aber drei ist schon echt, ist schon echt mies, weil da ist die Polizei auch mega aggressiv und das stört total hier beim Verbrechen jagen. Hätten wir jetzt ein Rhino, da könnten wir auch sechs Sterne haben. Das wäre mir sowas von egal gewesen. Und jetzt träge ich die Maus. Die sind nämlich nicht so clever. Okay, sie sind doch sehr clever. Ich hätte jetzt gedacht, die fahren uns genau in die Arme. Aber nein, sie haben mal mitgedacht. Sie besitzt Intelligenz. Alter, was geht hier ab? So, das ist die Nummer. Okay, was ist da jetzt los? Na, fliegen sie in die Luft? Äh, ja. Oh, what the fuck? Hau ab! Nein! 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 Was zur Hölle? Ist denn das? Das ist ein fucking Witz jetzt, oder was? Leute! Nein! Welches Level waren wir? Äh, 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 welches Level waren wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie, äh, nee. So kann man das nicht sagen. Äh, ich guck mal, welches Level wir waren und dann sehen wir uns genau in diesem Level wieder. Bis gleich! So Leute, wir sind wieder in Level 10 angelangt. Wenn ihr mal einen Blick auf unseren Kontostand werft, dann werdet ihr feststellen, dass ich ziemlich wenig Geld mittlerweile habe. Was daran liegt, dass ich davor schon mal einen, einen Versuch hatte, wo ich dann wieder gescheitert bin, wo ich wieder, ja, wo ich halt wieder drauf gegangen bin, aufgrund eines brennenden Fahrzeuges. Da bin ich nämlich bis Level 8 gekommen, glaube ich zumindest. Und das ist jetzt der dritte Anlauf. Also der zweite Anlauf, äh, nach dem Fail in der Aufnahme. Und ich hoffe, dieses Mal wird es ein bisschen besser laufen als sonst. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, die kommen ja auch gleich. Und die nächsten Leute. So, das Auto brennt. Ich hau mal lieber ein bisschen ab. Und wenn ihr euch fragt, wo ich die Schutzweste her habe, die wir ja gerade haben, äh, die ist mir so ein bisschen quasi entgegen, entgegen geflogen. Also die ist mir so ein bisschen zugeflogen. Weil da kam nämlich so ein Attentäter von Marsibriani. Und den habe ich einfach mal getötet. Und dann hat er mir freundlicherweise eine, ja, Schutzweste hinterlassen. Und die habe ich dann natürlich aufgesammelt. um die Chance noch weiter zu steigern, hier eben das Ding jetzt diesmal zu schaffen. Weil das geht langsam echt aufs Geld. Also mir ist das Geld eigentlich soweit ziemlich egal, weil wir können es ja uns theoretisch, ja, einfach wieder einsammeln. dann müsste ich halt so ein bisschen die, die Unternehmen, die halt, äh, Einkommen generieren, so ein bisschen abgrasen, immer wieder. Und dann hätten wir ja wieder ziemlich viel Geld. Also ich denke, Geldprobleme werden wir in dem Spiel nicht bekommen. Und sonst sammle ich das halt, wie gesagt, einfach ein dabei in den Unternehmen. Aber jetzt geht es erstmal darum, hier das Level 12 zu knacken, damit wir dann endlich die verbesserte, kugelsichere Weste bekommen, auf die ich jetzt ziemlich scharf bin. Ja, bis Level 11 sind wir noch nicht gekommen. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich, aber eben sah es auch so aus, als wenn wir in Level 11 kommen würden. Aber dann, aber dann, aber dann kam dieses Auto auf einmal an und hat uns ge, ja, in die Luft, auch in Brand gesteckt und wir sind dann natürlich in die Luft geflogen, weil man gar nicht mehr so viel Zeit hat, um noch zu reagieren. Aber jetzt sind wir in Level 11. Und jetzt wird die ganze Geschichte hier so ein bisschen spannend. Ich hoffe, wir schaffen das diesmal. Sonst muss es halt noch einen vierten Anlauf geben. Dann gibt es halt noch einen Cut. Aber ich hoffe mal, dass wir das jetzt irgendwie backen. Packen und backen, wie ein Bäckermeister das gebacken kriegen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Okay, wieder drei Autos. Ich frage mich gleich, ob um Level 12 dann vier Autos kommen. Ich hoffe nicht, das wäre mega krass. So, steigt ihr aus oder wollt ihr noch nicht? Okay, jetzt wollt ihr. Oh, wow, 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 sehr cool, wenn ihr jetzt in die Luft fliegt alle. So, den haben wir. Und den auch. Na, willst du aufstehen? Na, eigentlich wollte ich dich überrollen, aber dann bin ich daneben gefahren und dann musste ich doch die Waffe nehmen. Und, ja, unser Muni ist nämlich ein bisschen knapp, wie ihr sehen könnt. Also könnte sein, dass wir gleich nochmal einen Zwischenstopp einlegen, obwohl ich das eigentlich nicht vorhabe. Ich denke, das wird ausreichen, jetzt die letzten zwei Level. Also ich hoffe es. Man weiß ja nie, was da noch alles so passiert für kuriose Dinge, denn GTA ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass da nicht mal kuriose Dinge passieren können. Boom. Ja, da habe ich jetzt einfach die sichere Variante genommen und habe sie einfach eiskalt in die Luft gefetzt. War vielleicht ein bisschen riskant, weil wir waren gar nicht so weit entfernt von dem Auto. Es hätte auch sein können, dass wir wieder in Brand gesteckt worden wären. Aber es ist zum Glück ja nicht passiert. Man muss ja, wir müssen ja auch mal Glück haben. Ich kann ja nicht immer nur Pech haben. Na gut, meistens bin ich selbst an der ganzen Sache schuld, aber manchmal habe ich auch ein bisschen Pech, habe ich so das Gefühl. Oder kommt nur mir das so vor und ihr denkt durch die ganze Zeit, Alter, was labert der Typ da denn? Du stellst dich einfach nur blöd an. Das kann natürlich auch sein. So. Oder er steigt aus? Oder ist das eine oder mehrere? Oh, mehrere. Oh, 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 oh. Das war knapp. Ich habe gar nicht gesehen, dass das Ding gebrannt hat. Das war knapp. Na, wo ist er jetzt? Er steigt noch mal in ein Auto. Ja, willst du? Ja. Das ist doch schön. So sind wir ganz entspannt. Easy peasy in Level 12. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt ausreicht von den, ja, von der Munition. Ey, ich weiß es wirklich nicht. Nicht, dass wir da jetzt gleich ohne, ohne Waffen hier rum rumfahren müssen. Da habe ich echt keine Lust zu. Denn ich glaube, jetzt ist die Zeit auch gar nicht so komfortabel. Ich weiß nicht, wie viele Autos das sind. Ich, es könnten vier sein. Ich gucke mal auf die Karte. Es sind, glaube ich, sogar vier. Ne, es sind drei. Na, dann ist die Chance höher, dass wir das, dass wir die alle noch kaputt kriegen. Dann ist die Chance noch da. Okay, wo fährst du hin? Okay, ihr verteilt euch jetzt so ein bisschen. Denkt ihr damit, mit der, mit der Methode habt ihr irgendwie mehr Erfolg als sonst? Naja, man musste halt irgendwann auch mal experimentell werden, wenn man... Ähm, hallo? Okay. Oh, der lebt noch, der eine. Ich habe es gesehen. Und der hat eine AK. Holy Macaroni, der hat eine AK. Ich gehe bloß drauf, der hau ab. Wow, guten Flug. Das war krass. Okay, wir haben keine Munition mehr. Wir müssten jetzt gleich mal zum Waffengeschäft. Wohl oder übel. Wir haben keine Wahl. Aber eigentlich langt das von der Zeit her. Also ich denke nicht, dass wir da zeitliche Probleme bekommen jetzt. Wenn wir das schnell machen, dann ist das gar nicht... Okay, ja, okay. Wenn man sich so anstellt, dann wird das natürlich doch nochmal ein bisschen eng. Aber so ein bisschen Dramatik, äh... So ein bisschen Dramatik so zwischendrin und so nebenbei und mittendrin ist doch gar nicht so schlecht, oder? So, schnell da rein. Ja, es ist schön. Verkaufen uns einfach so ein bisschen hier Mikro-SMG-Munition und dann ist es super. Dann ist alles klasse. Dann können wir wieder auf Verbrecherjagd gehen. Aber ich möchte dieses blöde Viereck da weg haben. Das nervt ein bisschen auf der Minimap. Ich muss mich voll fokussieren auf die Verbrecher. Ja, warum rede ich gerade so komisch amerikanisch? Mit amerikanischem Akzent? Weiß ich auch nicht. Wow, das war knapp. Uh, der kommt jetzt hier zu uns oder fährt er halt an uns vorbei. Da ist er. Er ist nichtsahnend, aber jetzt werden wir ihn vollkommen zerstören. Fährt er da wieder gegen den Zaun? Nein. Die sind ein bisschen cleverer. Oder auch nicht. Ach, die sind alle gleich dämlich. Na, weg da. Was ist das für eine Route? Na, haben wir es jetzt langsam. Die Zeit wird auch langsam knapp. Leute, was macht ihr denn da? Oh, das ist super. Oh, weg, 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 weg. Das Ding fliegt gleich in die Luft. Weg da, du blöde Rollerfahrer. Und jetzt fliegt der Roller da gleich in die Luft. Und der Auto ist fast im Arsch. Hä, wo ist der Typ denn? Ach, der ist da begraben. Steh auf. Ich muss dich wieder entgraben, damit ich dich wieder überfahren kann. Was ne Kacke. Oh my God. Zum Glück. Nee, dich verfolge ich noch nicht. Wir müssen unser Auto erneuern, Leute. Das wird sonst nichts. Ich hab Angst, dass das dann wieder in die Luft fliegt. Sei bitte offen. Ja, weil ich hatte das abseits der Aufnahme auch mal, dass der abgeschlossen war. Also, dass beide abgeschlossen waren. Und dann musste ich mit dem Auto, was ich gerade hatte, weiterfahren. Obwohl ich ja eigentlich so gefahren bin. Also, so gefahren bin, wie ich wollte. Ohne aufzupassen. Weil ich mir immer sicher war, dass da immer mindestens einer offen ist. Aber das ist eben nicht so. Das war einfach nur Glück die ganze Zeit, dass da mindestens immer einer offen war. Aber gut. So, was? Der will sich selber erledigen oder was? Wir haben auch nur noch... Der erledigt sich wirklich selber. Vielleicht können wir die mal killen, ohne dass wir was machen. Nö. Aber das ist... Die haben sich schon selbst ein bisschen gekillt. So, Leute. Das wär's, oder? Ja. Mission erfüllt. Bedrohung ausgeräumt. Bürgerwehr-Missionen Level 12 abgeschlossen. Kugelsichere Westen geben dir jetzt erhöhten Schutz. Und das sehen wir auch schon an dem großen Plus da. Links neben der blauen Leiste. Oh yeah. Naja. Wo war die hier nochmal? Die war doch hier irgendwo, oder? Hier gab's doch irgendwo eine Schutzweste. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Oder? Oder täusche ich mich gerade? In GTA 3 war hier eine. Aber ich meine mich zu erinnern, dass hier auch eine war. Auch in Liberty City Stories. Sonst ist das jetzt erstmal egal. Dann suche ich die abseits der Aufnahme. Hier vielleicht nochmal gucken. Da ist sie. Wunderbar. Dann können wir uns ja gleich nochmal eine volle Rüstung gönnen. Achso. Die Mission läuft ja noch weiter. Ich glaube, die sollten wir mal abbrechen. Und was fällt zu, Kollege? Wie viel Geld hast du? Wow. Das war ja viel Geld. Ein zweistelliger Betrag. Würde ich dir... Kann ich... Hätte ich den Leuten nicht zugetraut hier. Auf den... Ja. Den Protestanten hier. Aber gut. Ich würde sagen, abbrechen. So. Mission ab... Mission beenden. Burger-Mission wurden abgebrochen. Ja, ist ja alles klar. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.